hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und heute wieder das spiel days of empire das habe ich gestern schon einmal gespielt weil ich gestern die zweistüttliche verlosung teilgenommen habe so wie jetzt auch ich habe da gestern wirklich mal 15 euro gewonnen bei google play es geht jetzt um das spiel und ich hoffe ich bin diesmal den rechner am wochenende oder die drohne die möchte ja meine frau gerne jetzt habe ich schon 1 2 3 4 stück gewonnen naja vollbild und los geht's wie immer will ich das hier zu springen ok wie gesagt ich habe das gestern schon auf das spiel hier war schon wenn du anfängst einen krieg also sprich sind hier überall soldaten hier und die befallen dich da musst du erstmal gegen die kämpfen naja ihr wisst es ja schon es sind ja irgendwie immer die gleichen spiele sieht doch ein bisschen ähnlich aus wie das eine spiel was ich habe was ich gespielt habe wie hieß das andere magic and wars ich weiß es nicht mehr auf jeden fall viele spiele davon sehr viel ähnlichkeit da endlich bin ich aufs getreide ja wohl essen ist immer wichtig vip vip die meisten haben hier so ab 5 minuten hier ist es halt ab 7 minuten und bei denen ist es wenn hier so grüne das ist ja rot da kann ich was abholen und wenn da was grünes ist dann kann ich da für geld als angebot etwas kaufen da helden da als angebot für 1800 kredits ich habe null wie teuer wäre das wie teuer wäre das 1810 euro es gibt ja viele leute die auch geld bezahlen für solche spiele sag ich jetzt mal ich bin nicht so ein freund davon also das rote ist halt zum abholen das grüne ist für geld kaufen und das lila ist da kann ich anwenden ich kann nur eins machen ja und die ist gefangen die nette dame ging noch nicht erst aufs boot level 4 die nachrichten 2 system krieg ein geschenk auch schön eine große zwei rosen Was muss ich machen, um die Frau zu befreien? Im Kapitel 5. Ich habe eine Stunde Zeit und die ganzen Sachen hier. Noch zwei Gebäude. Ein Gebäude. Okay. Also, ich darf mich an einer Technologie erforschen. Militär soll ich machen? Na dann, mach mal Militär. Warte mal kurz. Fertig. Jawoll. Verbessere die Burg auf Level 4. Okay, erstmal die Mauer auf Level 3. Und ein Sägewerk auf Level 3. Sägewerk. Verbessern. Verbessern. Jetzt können wir wieder auf die Burg gehen. Verbessern. Und. Fertig. Ja, noch nicht ganz. Machen wir erstmal das andere drauf. Ich muss drauf drücken. Dann. Einmal Level 1 zu Blündern. Suchen. Blünderer. Level 1. Angreifen. 10 Sekunden unterwegs. Und das ist ja sowas, was ich nicht mag bei den Spielen ist. Ich könnte hier zum Beispiel den hier nehmen. Angreifen. Oder der ist Level 2. Klaue ihn seine Ressourcen. Und mit solchen Spielen habe ich mal Probleme. Ich bin doch schon da. Okay. Es regnet, gell. Events. Und Kapitel 3. Jawoll. Dann habe ich doch jetzt die Frau geglättet, oder? Ach, ich muss Kapitel 5. Also, ich habe mal Kapitel 3. Meine Güte. Aber das schaffen wir auch noch. Das geht, glaube ich, ganz schnell. Ob ich. Suche einen Blünderer 2. Den. Angreifen. Verwinden. Schicke mal die Frau mit. Soll die Frau auch mitkämpfen. Ähm, ja. Dann gehen wir zurück in der Burg. Dann springen wir das Ganze. Dann bitte. 4. 1. Baut das. Ein Lagerungswerk. Burg muss auf 5. 2. 6. 1. 2. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 3. Das ist jetzt einfach mal der Ruf hier. Jeder baut noch ein paar Sekunden. Warte mal nochmal. Schauen ob wir was anderes machen könnten. Ach, das muss man auch bauen. Entwicklung. Vier paar Druck auf fünf. Machen wir alles. Drei. Mauer auf vier. Dann machen wir einmal schneller. Fünf Minuten. Einmal. Acht Minuten. Aber ein wenig ja. Ist auch 13 Sekunden. Da ist ja die Frau hinter. Nachrichten. Meine vier Angriffe, die ich bislang gemacht habe. Das ist auch gut. Level vier. Da war noch der hier. So. Und das ist auch Level sieben. Darf ich mir aussuchen? Ich denke, Becker ist toll. Und Eisen. Becker ist da. Ich glaube Becker ist da. Mein Mann. Jetzt. Königliche Helden. Eins ist. Jawohl. Jawohl. Das ist ein bisschen länger warten. Okay, dann muss ich jetzt ein bisschen länger warten. Was mache ich jetzt so lange? Was mache ich jetzt so lange? Hier sind meine Felder. Hier sind die Holzfelder. Ich brauche hier das Lazaret. Oder? Das hat gerade was gewackelt. Oh. Okay. Was müssen wir hier machen? 30 Sekunden. Ja. Ich habe jetzt. Ich habe jetzt die Flur. Ich habe es über 1, 2, 3. Ich habe es verschickt. Ich habe es. Ich habe an, 2, 3. Ich habe es eine Flur. Ich habe es. Okay, das war witzig. Das war witzig. Okay. Und fertig. Oh, was ist das? Geld. Nein. Ich habe doch kein Geld. Ist aber groß geworden. Meine Burg. Dafür muss derzeit leider keine Zeit, deswegen... Das ist mein Latzhaus auf den 2. Ahem. Letzter Wetter auf 2. Haben wir gemacht. Jetzt. Baut das. Baut das Beleidungswerk. Große Nacht. Schätze. Wie geht das? Hm. Da warten wir noch mal ein paar Sekunden. Baut das Beleidungswerk. Baut das Beleidungswerk. Baut das Beleidungswerk. Baut das Beleidungswerk. Hm. Ich verstehe das nicht. Was wollen die von mir? Hilfe! 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 Ich habe alles. Alles was ich bauen kann. Hilfe! 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 Hey, 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 hey. Feel the might of the Ottoman Empire. Ach je. Gut. Das Lagerwarten. 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 30 Sekunden, weil so viel Geschwindigkeits-Dinge habe ich nicht mehr. Ich möchte doch die Frau noch retten hier. Mensch, das kann doch nicht sein. Was haben wir hier noch? Proxim. Okay, wenn ich weitergehe, habe ich den Schutz nicht mehr. Egal. Ja. 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 Sieg hier. Okay. Das haben wir nicht beschworen. Okay, da kann man Sachen drauf. Na ja. Ist auch noch mal für Machenplatz. Ja! Okay, ich bin hier. Alex. Smeye idet. Boom, ich bin nicht. �a mich. Auf level 10. Ich habe einen Schraub, aber ich habe einen Schraub. Ich wollte doch da keine Handlager, ich hab doch da schon eins. Wir bringen meine ganze Plein durcheinander hier, bis wir uns fortschritten. Was ist eigentlich für die Frau? Oh, gut. Vorne Austausch. Entwickler. Forschungstempel. Okay, ich weiß nicht, ich bin sehr gut. Ja, jetzt habe ich halt noch folgendes Problem, ich weiß es nicht, baut das Beleiderungswerk. Wie ich das Belagerungswerk bauen kann, nehmen wir mal da drauf, oder wird das heiße Späterbelagerungswerk, wie ist es, ist es noch eine Werkstatt? Das ist aber so, wir müssen auch hier mehr. Was heißt die ganze Zeit Werkstatt? Was heißt die ganze Zeit Werkstatt? Ich verzweifle hier. Ja, mein Schild ist jetzt weg, weil ich Level 6 bin. Ob jetzt können sie mich angreifen? Aber ich denke mal, die müssen in meinem Levelbereich sein. Also sprich, ich könnte den wahrscheinlich nicht angreifen. Doch, könnte ich. Schau mal. Wie lange sind sie auf dem Weg? Eine Minute noch. Da bin ich mal gespannt, was da jetzt passiert. Da ist ein Level 1, Level 2, Level 2. Ja, gehen wir erstmal wieder in der Stadt rein. Wir müssen noch warten. Und? Ja, ja, ja. Wir kommen noch schon gleich. Oh, sieben. Handlaut und Mauer auf. 6. Schauen wir mal. Ich habe doch jetzt eine Nachricht bekommen. Keine Nachricht. Oder kriege ich die erst, wenn sie zuhause sind. Oh. Tipps. 1. Schauen wir mal. 2, 3. 5. 5. 2. 2. 3. 4. 3. 5. Ich bin hier. Niemand. 30. Das wird ein bisschen dauern. Also meine Leute sind schon wieder zurück. Lern to hunt, and not be hunting. Lern to hunt, and not be hunting. Herleben. Viel. Each win is one step closer to victory. Warum stand da Burg her? War's nicht Burg damals oder nicht? Ja. 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 Gleich geht's weiter. Ja. 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 Jetzt geht's. Shit. Ich verstehe das nicht. Wuhh. Hier kommen wir aus, wenn wir hier können. Oh, nein. Da kann man die Treile machen. Na warte, da soll das Fan House jetzt sein. Die Tür kommt. Der Gatzer retten. Der Bail ist hinten. Die Tür kommt, der Gatzer retten. Der Bail ist hinten. Wow, das hat gerollt. Aber welcher? Ich habe keine Vorschläge von mir. Ich habe keine Vorschläge. Die guten Dinger nicht aktivieren. Achja... Ja, finde ich auch normal. So wie es aussieht aber nicht heute. Das gibt es doch nicht. Ich glaube das Spiel ist bald hier. Ah, jetzt geht das. Die Mauer wird ausgebaut. Okay. Hm. Ich finde das gerade hier so angenehm. Ich finde das gerade hier so angenehm. Hm. schon kein bocken auf das spiel kennt ihr sowas, wenn man was machen möchte, das klappt einfach nicht obwohl das klappen möchte hallo ist die gute oder nicht? 16 minuten nicht könnte ja wieder passieren, dass ich da warte muss lieber den hier 7 3 8 8 9 10 10 10 Oh, das geht bei dir. Feel the might of... How do you want to die? You... How do you want to die? Schön, schön, schön. Die Festung war verbessert. Die Festung war verbessert. Ich verstehe das wirklich nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Okay. Okay, okay. Ich verstehe das. 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 Naja. Das ist in einer türkischen Klinik. Ich verstehe das. 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 Ich weiß jetzt leider nicht, wo man die Gerüte verlassen kann. Vielleicht jetzt auch die Burg auf Level 7. Eine Minute noch haben. Boah, das ist doch so. Missionsfortschritt. 0.1. Ich meine Missionsfortschritt. Was ganz anderes. Oh ja, ja. Hm. Oh ja, ja. Was ist das? Ich bin Karlsruher. Ich bin worthy. Oh ja, ja. Ich bin H3-schritt. Ich bin H3-schritt. Ah, thank you. Thank you. schneller ach ich kann das auch nicht machen also ich möchte jetzt aber keine stunde erwarten Leute ich würde mal sagen was war es für heute das Spiel fängt langsam an mich zu nerven vielleicht kennt ihr einer von euch das Spiel und kann mir sagen was erstens das für eine Quest ist baut das Belagerungswerk und gibt immer auch Werkstatt zuweisen gibt es hier nur Lazarett Kaserne Stallung Schießplatz Werkstatt Festung Übungsplatz Innere Anlage eine Burg Wassermühle Akademie Ärgerhaus Hafen wenn ich da raufgehe und beim Ausbilden drücke dann kann ich hier nur Getriebewagen Katapult so gut das war's für heute. das spiel nervt mich jetzt. es gibt noch mehr was ich nicht machen kann. eine schweinerei. nein. ich höre mein ticket ab und das war's dann für heute. dankeschön fürs zuschauer. ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder dabei seid. bis dahin wünsche euch viel spaß und auf wiedersehen. tschau tschau